Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Ryanair-Maschine in Dortmund nach Vogelschlag umgekehrt Am Freitagmorgen musste ein Ryanair-Flug von Dortmund nach London Stansted kurz nach dem Start umkehren, nachdem das Flugzeug mit einem Schwarm Vögel kollidiert war. Berichten zufolge ereignete sich der Zwischenfall wenige Minuten nach dem Abheben, als die Boeing 737-800 durch eine dichte Ansammlung von Vögeln flog, was zu erheblichen Schäden an einem der Triebwerke führte. Die Piloten handelten schnell und entschieden sich, zum Flughafen Dortmund zurückzukehren. Der Vorfall löste eine unmittelbare Alarmbereitschaft bei den Flughafenbehörden aus. Feuerwehrfahrzeuge und Rettungsdienste wurden in Alarmbereitschaft versetzt und erwarteten das Flugzeug auf dem Rollfeld. Glücklicherweise gelang es der Crew, das Flugzeug sicher zu landen und keiner der Passagiere oder Besatzungsmitglieder wurde verletzt. Reaktionen der Passagiere und der Airline Ein Passagier, der an Bord war, beschrieb die Erfahrung als erschreckend. Wir hörten einen lauten Knall und das Flugzeug begann leicht zu rütteln, sagte er. Es gab eine kurze Phase der Angst, aber die Crew informierte uns rasch über die Situation und beruhigte uns, dass alles unter Kontrolle sei. In einer offiziellen Stellungnahme bestätigte ein Sprecher von Ryanair den Vorfall und lobte die Besatzung für ihr professionelles Handeln. Unsere Crew handelte prompt und professionell, um die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzung zu gewährleisten, sagte der Sprecher. Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Passagieren für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten und arbeiten daran, sie so schnell wie möglich zu ihrem Ziel zu bringen. Den Passagieren wurde angeboten, auf alternative Flüge umgebucht zu werden oder eine vollständige Rückerstattung zu erhalten. Ryanair stellte auch sicher, dass alle gestrandeten Passagiere mit Verpflegung und Unterkünften versorgt wurden. Ursachen und Auswirkungen auf den Flugbetrieb Vogelschläge sind eine bekannte Gefahr im Flugverkehr, insbesondere in der Nähe von Flughäfen, wo Vögel in großer Anzahl vorkommen können. Solche Vorfälle können nicht nur erhebliche Schäden an Flugzeugen verursachen, sondern auch ernsthafte Sicherheitsbedenken aufwerfen. Der Flughafen Dortmund hat angekündigt, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Gefahr von Vogelschlägen zu minimieren. Dazu gehört der Einsatz von speziellen Vogelschlagpräventionstechniken sowie regelmäßige Überprüfungen des Flughafenareals auf Vogelnester und andere Risikofaktoren. Der Vorfall führte zu einer kurzfristigen Unterbrechung des Flugverkehrs am Flughafen Dortmund. Several flights were delayed, as teams checked the runway and ensured that no further risks existed. However, flight operations quickly returned to normal and most flights were able to continue with minimal delays. Expert opinions and safety measures. Experts emphasize that the quick reaction of the crew was crucial in ensuring a safe landing. Pilots are prepared for such situations and know how to react quickly and effectively, said an aviation expert. Dass es zu keinen Verletzungen kam, ist ein Beweis für die hervorragende Ausbildung und das professionelle Handeln der Crew. Die Luftfahrtbehörden prüfen nun, wie solche Vorfälle in Zukunft noch besser verhindert werden können. In vielen Flughäfen weltweit kommen bereits verschiedene Techniken zur Prävention von Vogelschlägen zum Einsatz, darunter der Einsatz von Radargeräten zur Vogelüberwachung, der Einsatz von Greifvögeln und speziellen Vogelwarnsystemen. Der Flughafen Dortmund plant, diese Maßnahmen weiter auszubauen und auch neue Technologien zu erproben, um die Sicherheit zu maximieren. Dieser Vorfall betont die ständige Wachsamkeit und die Notwendigkeit kontinuierlicher Verbesserungen im Bereich der Flugsicherheit. Obwohl Vogelschläge nicht vollständig vermieden werden können, zeigt die professionelle Bewältigung solcher Situationen, dass die modernen Sicherheitsprotokolle und Trainingsprogramme effektiv sind und das Risiko für Passagiere minimieren. Autor Anita Farke, Samstag, 8. Juni 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.